so willkommen zurück wir sind immer dabei unsere sachen hier aufzubauen unsere kleine basis aufzubauen das war schon ziemlich knapp aber auf jeden fall steigen unsere materialien jetzt bitte alle an die wir bauen können essen steigt die wassergrundversorgung da müssen wir gucken wir haben ja nämlich gerade ja wir müssen auf jeden fall oh gott das hier muss fertig werden das muss definitiv fertig werden wir müssen das priorisieren hier und wir müssen das hier auch ein bisschen priorisieren wobei nee wir haben noch fünf das heißt also das nicht und das hier eigentlich priorisieren ja 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 das ist doof kein windchen unser wasservorrat und wir kriegen mit unserem einen kleinen solarpanel hier nicht alles gedeckt also das muss ja definitiv fertig werden was macht ihr denn da alle ihr habt alle hunger oder was habt ihr nichts zu tun oder was untätig warum bauen wir hier nicht das metall ich verstehe es nicht ach weil die bestimmt verstehe weil kein weil kein saft da ist ach man dann müssen wir wohl mal sachen wie das lager ja die hat auf jeden Fall keine energie ja 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 jetzt kommt wieder ein bisschen wind rein hier aber wir müssen das große solarpanel fertig kriegen ey ach man ok krankenstation keine energie und hier eigentlich auch keine energie und hier bitte auch keine energie oder müssten wir eigentlich wir können hier noch mal keine energie anmachen aufbereitet unser lager ja hat keine energie ich weiß oh 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 ist da schon wer angekommen ey ja sie eine biologin wir haben 15 leute ich wollte sagen mit 15 machen wir erstmal stop für die kolonisten tschüssi ach scheiße uns fehlt die energie uns fehlt einfach die energie jetzt schnell hin da ach wir kommen auch nicht an die ärzte ran wahrscheinlich ach man oh da ist jemand der hat einen knochenbruch da müssen wir hinten auch mal wieder aktivieren wir brauchen definitiv heute das ist schon wieder nacht ey das gibt es nicht und mein energiespeicher ist überhaupt nicht voll wir brauchen mal einen sandstorm oder so bitte 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 einen sandstorm ach das war's ja sorry aber was hat er denn untätig er hat hunger er hat hunger es fehlen noch zwei bitte 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 ist leider außer betrieb aber die arbeiter können die roboter können da noch einen oh und er ist hier gefangen oder was ne hm 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 was machen wir da nur hm 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 an wir haben acht erz und wir schaffen es nicht die zu transformieren bei uns die energie fehlt oh gott aber das sollte gleich ad acta gelegt sein denn wenn wir hier das fertig bauen uns fehlt noch ein metall dann sollte es losgehen er wartet hier auf dem arzt sie wartet hier auf dem arzt dass man die leute nicht anklicken kann wenn sie drin liegen oder stopp aber wir bauen ja tatkräftig was ist das denn hier? achso ja der wasserweber auch geht noch danke danke lieber gott danke lieber gott dass wir jetzt hier volle pulle rein heizen alter wollt ihr mich verarschen? ey wir brauchen auf jeden fall auf jeden fall brauchen wir wir müssen uns gegen diese bedrohung wehren auf jeden fall können wir jetzt erstmal hier super basteln es müsste eigentlich super funktionieren da unsere ganzen grundbedürfnisse alle gedeckt sind ich verstehe nicht warum es nachts immer abnimmt wir haben doch genügend energie okay dann sollte man da vielleicht auch nochmal decken mit einem verstehe ich nicht vielleicht sollte man das auch nochmal decken mit einem wasserspeicher hm? bauen wir den hier hinten? ne den bauen wir nicht dahin da ist grad was eingeschlagen ich würd sagen wir bauen den einfach vielleicht mal hier hin oder? ist ja egal wohin ähm freiberuflicher henlei er möchte oder ist das das was er haben möchte? oder was er hat möchte halbleiter haben auch? ne was sind das? ein patent für ein kolossal modul was auch immer das sein soll wir können aber auch nichts hergeben doch hier ersatzteile ne danke ich kann gerade nicht handeln noch nicht jetzt haben wir aber erstmal unser energieproblem gelöst dann lösen wir dann auch unser wasserproblem und dann können wir hier die priorität wieder normal stellen nahrungsmittel laufen heiß heilmittel haben wir aber acht okay gut mal gucken hier benötigt hier das co benötigt das kontrollzentrum benötigt das kontrollzentrum raumhafen wo kann ich denn das kontrollzentrum bauen hier haben wir eigentlich jetzt eine robotikeinrichtung gebaut? ja robotikeinrichtung haben wir da gebaut oder wollen wir bauen wasser sieht gut aus und sauerstoff ist auch noch gut vielleicht sollten wir noch ein paar kolonisten reinholen ich würde mal sagen wie sieht es eigentlich mit dem Wasserspender aus der wird gut genutzt aber es ist niemand großartig durstig wir sollten uns vielleicht noch um ein paar betten kümmern weil wir nur vier betten haben und in der mine wird fleißig gearbeitet was wir brauchen ist vielleicht auch noch hier ein weiterer metallextraktum weil auch ersatzteile komm wir hier wir brauchen auch noch das hier so zack äh sandstorm okay sandstorm kennen wir ja schon niemand darf draußen sein und ich hoffe es ist niemand draußen doch zwei arbeiterchen sind draußen wo will er hin? er will auf dem weg zum erz metallprozessor wurde gebaut genau ja und unsere energie reicht das das war nötig dass wir hier das zweite solar panel bauen weil ohne das hätte es uns ja jede nacht die energie weggerissen somit die ganzen wichtigen strukturen abgeschaltet und so werden nicht weiter uns entwickeln können aber mittlerweile sieht es gut aus wir müssen gucken dass wir mehr metall bauen ich guck mal ganz kurz hier wir haben vier belogen drei ingenieure zwei sanitäter und null wachen der status der moral ist gut ich würde sagen das hier muss man langsam fertig werden ich weiß nicht woran liegt es denn metalle es fehlen einfach metalle wir haben drei eins zwei drei ja und die sehen alle ganz gut aus hier oder Reisfeld das fleisch stapelt sich ja auch irgendwo ich glaube das ist das hier oder naja Hühnchen da machen wir da einfach mal ein bisschen schneller oh mittlerweile schon über ne woche hier ok ist das hier der Händler? ja der Händler ist da Retortenfleisch ich würde mal sagen Gentomaten DNS wir hauen mal alles hier raus krass aber er das schon hat ok gut verstehe verstehe wir müssen einfach mal gucken dass wir vielleicht sagen wir verkaufen hier äh was hat denn einen guten Wert? wir können auf jeden Fall vielleicht mal 5 Erz verkaufen 5 Erz verkaufen für 50 und können halt sagen hier komm her gib mir dafür 50 Münzen oder 30 Münzen oder 30 Münzen ist nicht viel oder? aber wir können ja mal wollen wir handeln nein wir handeln nicht wir entwickeln uns erstmal bevor wir handeln das heißt die zwölf Eisenerz die wir haben können wir auch super schön verwandeln denn es ist wichtig ich muss ganz ehrlich gestehen ich würde gerne nochmal aber bevor ich das mache wollte ich wir warten mal nach bis der Wassertank fertig ist da fehlt nur der Bauroboter der Wassertank wurde gebaut super und er füllt sich auch zumindestens hatte er vor sich zu füllen naja ein bisschen unsere Wasserproduktion ich möchte mal ganz kurz gucken hier Statistik nee stopp das war es nicht ich wollte hier in die Netzabteilung gucken ja ist ok das passt füllt sich so langsam da genau es ist nicht schön wie sich das hier alles in den Scheiben spiegelt der Weltraum und die Struktur hier hinten also die Berge da hinten oh die Robotik Einrichtung wurde endlich gebaut das gibt es doch nicht na wunderbar wir können endlich anfangen Autobot Reparatur hallo Autobot Reparatur hier werden Autobot aha und hier kann ein Ingenieur Bots bauen dann sagen wir doch einmal wir bauen halt eine Autobot Reparatur und wir wollen welche selber bauen Handelsschiff ist gelandet wir gucken mal rein wir brauchen auf jeden Fall noch einen größeren Biodom Dom und wir brauchen auf jeden Fall noch einen definitiv aber vorher vielleicht auch ein bisschen besser mehr die Wasserversorgung das macht mir noch ein bisschen Sorgen hier alter alter und vielleicht sollten wir hier ah ok dann müssen wir wohl doch handeln um halt uns die super krassen Sachen zu leisten ähm ich würde mal sagen ja es werden fünf produziert ja es werden fünf produziert also ich glaube das nächste was wir hier machen ist mal huch wir bauen mal einen Biodom in etwas größerem Biodom und den würde ich dann auch gerne hier hinsetzen hallo hier hinsetzen würde ich den gerne ja oder vielleicht doch lieber hier hinten doch vielleicht lieber da hinten hin ja wir fangen jetzt mal an ein bisschen größer zu werden hier und äh bauen uns ein bisschen weiter aus können wir das dann eigentlich genau das können wir auch recyceln super Ersatzteile ich weiß nicht warum wir müssen definitiv hier mal ein paar mehr Ersatzteile produzieren und dazu brauchen wir Bioplastik Bioplastik werden wir jetzt warte mal Heilpflanzen 6 okay Heilpflanzen bitte mal recyceln ja und wir brauchen dafür ähm noch ein Reisfeld wir brauchen ja es wird knapp es wird wirklich sehr knapp hat gereicht vielleicht brauchen wir da auch noch ein bisschen noch einen größeren Energiespeicher, den können wir da noch hier hinsetzen wir brauchen aber erstmal Stärke wir haben nämlich noch sieben Heilpflanzen so viel sollte jetzt hier nicht funktionieren also ich meine wie sieht es da mit dem Essen aus Wartungseinrichtung muss auch noch gebaut werden oh guck mal hier Transportrobot Bau-Borbot dafür benötigen wir Technologie okay gut kann man den hier auch ja kann man okay ich glaube unser Nahrungsvorrat geht auch langsam zugrunde auf jeden Fall haben wir jetzt genug Metalle schon mal das nächste was wir brauchen ist halt Bioplastik ja sieben Bioplastik Bioplastik kriegen wir hier rüber ja auf jeden Fall genug Ärzte und schlafen sieht es aus hier die Betten sind belegt ich glaube wir sollten hier drüben auch nochmal von Ausgang bauen ach und wir brauchen Halbleiter ach verdammt warte mal Halbleiter hier Halbleiter ansonsten wird das nichts 40% Kommission das ist auch schon mal gut vielleicht können wir dem ja ein bisschen hm hm luchsen wir ihm die jahne ab oder? ok gut, handeln wir mal und der energiespeicher ist niedrig, oh oh oh, er ist wirklich immer knapp wir brauchen definitiv noch einen energiespeicher den können wir aber nicht hier rein zimmern, schade vielleicht zimmern wir ihn dann hier drüben rein oder? oder hier oben? hier? ne, wir gehen schon nach hinten wir gehen schon nach hier hinten da müssen wir nur das metall rausbringen und der ist ruckzuck errichtet, also das geht relativ schnell da haben wir genug metall für, was wir brauchen ist bioplasse ok, schafft man das noch? ne, schafft man natürlich nicht mehr schade und unsere ersatzteile schwinden, wir brauchen dringendst ersatzteile meine lieben freunde, wir brauchen dringend ersatzteile einer ok, super ein bisschen wind, naja, haben wir gar nicht, wir haben gar keinen wind jetzt kommt der wind oh, 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 das sieht diesmal wirklich schlecht aus, die nacht gucken wir mal hier, was hat er, was braucht er ja, wir könnten, ah, ist mir zu, ist mir glaube ich noch zu, ne, 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 zu kritisch ist mir zu kritisch hier, machs gut ja, die, hier, guck an, da, ja, ich habe, hier muss nur jemand stehen die nacht ist gleich vorbei und dann sollten wir hoffentlich genügend energie produzieren so, hier, wir hauen hier ordentlich rein in unsere Tanks ok, gut, an dieser Stelle war eine kleine Aufnahmepause ich habe gesehen, ich bin schon wieder längst über der Zeit das Spiel macht eifersüchtig man achtet gar nicht auf die Zeit und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder macht's gut, ciao